Hey du, Damiel, du musst noch einen neuen Part für uns raushauen. Was ist los? Was? Danke. Ich muss aufnehmen, ich muss noch einen neuen Part raushauen für euch. Stimmt, kommt, sofort nach dem Intro, bleibt dran. Lösch dich. Hier an der Stelle haben wir aufgehört und probieren immer noch irgendwie zum Baum zu kommen und kommen wir an diesen scheiß Viecher nicht vorbei, weil ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Man, Kava, nervt mich. Mal gucken, ob wir uns jetzt irgendwie hinbekommen. Das wird nicht so leicht. Stop fooling around, Alex. Ich kann mir die Kanzel gar nicht von vorne angucken. Ich kann mir die Kanzel gar nicht von vorne angucken. Warum? Wenn das auf jeden Fall irgendwie nach da kommt. Irgendwie da lang. Nur diese roten Monster, die mich die ganze Zeit killen, die mich die ganze Zeit killen, verdammte Kacke, die gehen mir nicht auf den Sack. Was haben wir jetzt hier? Na, wie denn, wenn ich hier nicht durchkomme? Da ist irgendwas. Okay. war es gerade der hund ja wir irren hier durch den wald das ist furchtbar wirklich auch jetzt hängen doch nicht irgendwo fest an irgendwelchen essen du vollpfosten so ne ist keine markierung zu finden irgendwie auf dem boden da ist eine ok hier ist sogar ein straßenschild sehr gut und Was ein Bullet verrückt spielt verstehe ich. Wo denn? Oh 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 oh. Sagen wir hier hinten lang? Nee. Wer ist weit weg? Da ist die nächste Markierung. Sehr gut. Schuss, 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 it's okay, buddy, everything's okay. Wo denn? Ist er hier? Mach die scheiß Dings kaputt hier. Nee, ich nicht, aber mein Hund du Arschgeige. Also nerv nicht. So, fahre ich mal eine Safeway. Okay, 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 okay. Ja, ich habe es nicht gesehen. Guck mal eine weiße Markierung. Ich werde hier lang gehen. Ja, ja, alles gut. Jetzt ist keiner da. Da ist der Nächste. So, da ist einer von den Freaks. So. Was ist das denn, Hund? Oh Mann. Sorry, Leute, aber ich bin gerade super angespannt. Oh, da ist der Nächste. Äh. Ja, da war. Hinter uns ist einer. Hinter uns ist niemand. Das ist ja keine zweite Markierung so, ne? Hier ist der Nächste. Hier ist der Nächste. Was ist denn, Hund? Wo denn jetzt? Oh, ist das belastend. Oh, wir haben es gleich geschafft. Da ist er. Oh, was für eine Scheiße. Okay, wir müssen einfach zwei Geilen sammeln. Oh, da läuft irgendwas raus. Irgendeine schwarze Suppe. Hey, Psycho. What the hell is this? This thing bleeds. Don't be silly. Don't bleed. Now look around. Do you see it? What? The trail. Do you see it? I, I think so. Follow it. Okay. Okay. Hey, ist der jetzt weg? Hier geht's weiter. Ist er nicht vielleicht sogar die Hexe? Huh? Oh. Oh. Was ist das? Und wieder irgendwelche Soldaten? Mann, 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 Mann. Also ja, okay, jetzt wird es langsam echt ein bisschen ertrückend hier. Also ich merke auch selber, wie bei mir, wirklich hier in dem Brustbereich, das ist echt, zieht sich gerade echt alles zusammen? Nicht geil. Was denn? Wo denn? Da, weiter links. Der interessiert uns ja nicht. Wir müssen hier lang laufen. Und der interessiert uns nicht. Bleib cool. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Und hier endet die Spur, oder was? Ne, hier geht es weiter. Ein Glück. Unser Verstand, Krieg und so. Wir kriegen wieder eine Macke und denken, dass wir wieder im Krieg sind. Nicht gut. Bleib cool. Hier lang. So, wo geht es weiter? Ja, die Spuren enden hier. Da hat er recht. Da ist doch ein Haus, oder? Die Knatschung was. Von den Viechern eins. Die Kamera zeigt nichts mehr an. Gar nichts. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. 접 theme. Die Klappe. Die Klappe. Der Klappe. Är Lorin. Oh und System hat ihn hier oben. Ich weiß nicht, wo unser Hund ist. Ja. Wo denn? Man hat die Klappe nerven nicht. Ich sehe den Hund doch nicht. Ich höre ihn nur. Wo denn? Da ist er. Ich sehe ihn noch nicht. Ah, ja. Haben wir diesen Part jetzt eigentlich geschafft, ja? Wir unterbrechen diese Sendung aufgrund anhaltender Angespanntheit. Danke für Ihr Verständnis. Oh. Leider ist das Video zu Ende. Oh. Auf jeden Fall hier an der Seite, da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und links oder da hier irgendwo zeigt euch der Algorithmus noch ein Video von meinem Kanal, wo ihr denkt, das wäre was für euch. Genau. Das war's. Tschüss.